herzlich willkommen zu einer weiteren folge die die walking dead a telltale story wir spielen das jetzt noch mal eine woche hintereinander weil echo geht noch immer nicht und deswegen fangen wir mal weiter mit der story von the walking dead weiter und und sehen was passiert ich weiß wird jetzt waren wir auf nach nach saverna unterwegs mal gucken wie es weitergeht we need to help find the boat to best bett safety okay but we'll be in savannah and my parents were in savannah okay we'll look for them i was the one giving the bandit supplies what it's all my fault we got a job what no way shit can't wait for you to get to savannah clementi i got your parents right here and you be sure to find me whether he wants you to or not who the fuck i don't know but i doubt we're gonna be happy when we find out die 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 schon zehn ersten mal gesehen Die Stadt scheint ja Zombie leer zu sein Episode 4 Hinter jeder Ecke Can't I just hold it? Just for a little while We're getting real close to where my mom and dad are Maybe I can Not now Clementine Maybe later okay Okay How's Omi? His leg's pretty bad I'm fine You're not fine You need to rest He needs to rest Kenny How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead And there'll be boats there? There sure as hell better be There'll be boats Have to be Have to be It's going to be okay Kenny knows what he's doing What the hell Maybe this city's not so dead after all Keep moving No one's ringing that bell It's automatic On a timer What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there Are you sure? I don't see anything I know what I saw I'm telling you there's someone up in that bell tower Someone alive If I were you I'd get out of the street now I thought you said that thing didn't work Hello? Hello Are you there? What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning Ask not for whom the bell tolls What are you yammering on about? It tolls for thee Oh man Goddammit Run! Follow me! Okay Okay A little too close Don't you think? Ben! No! Ben! Help her! Goddammit Goddammit No! Move your asses River Street's right up ahead That's not all Oh, give me a fucking break Wait Where the hell's Chuck? Shit He's in trouble We gotta help him There's no time We gotta go Now Out he's high Just go Okay I'll get the door You've opened up your wound You're bleeding Shit, it's gonna get infected We've gotta get him inside Clean him up Kenny, how's that door coming? I'm working on it I'm working on it We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went You know they can smell blood Lady, I ain't the one who's bleeding Let me see if I can find us away here Best in the hole überhaupt Und jetzt dürfen wir endlich wieder im Fre- äh frei rumlaufen hier Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Try not to worry Even if they saw us, they can't get in here We did Why can't they? We're a lot smarter than they are They're just like dumb animals They can't open doors We used to have a pet hamster One night he figured out how to open the door to his cage And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies I don't think this is quite the same, Clem Yeah, right This time we're the cookies Just stay away from the gate And we'll see about getting us inside the house Oh, mother How's he looking? I'm alright You're not alright You've reopened your wound You're losing blood And God only knows what might have gotten in there It could be infected It could be No offense But you really need to work on your bedside manner She's just worried about you, man Don't worry We're gonna get you fixed up in no time Just as soon as we're inside, okay? Okay Thanks, man Please go and help Kenny We need to get him inside, now I'm on it Just sit tight Hey, I'm not going anywhere Ah, that's right Will we be inside soon? Yeah, not much longer now I hope so It's getting cold out here Hm Then bring us now in there Something or something Something or something Just a dog house Oh, just a round hole Wow, I mean we need to ride Oh, boy Well we need to get a block Fantastic Time to do Wow Finally Ja, wenn es gibt, dann habe ich es nicht gesehen. Du denkst, vielleicht jemand ist noch in der Mitte? Nein, wir haben von ihnen gehört, die Racket, die wir machen. Aber wer hier war, hat einen ziemlich guten Job fortiert. Ein schönes Ort, um zu holen. Wir können einfach herausfinden, wie wir in. Hey, wie bist du in der Mitte, Mann? Lee, ich empfehle das Interesse. Aber ich glaube, ich glaube, dass meine Gefühle jetzt nicht so gut wird, in dieser Haus. Vielleicht sollte man schauen, was man findet. Was ist das? Ach so. Was ist das? Dumped? Ok. Ich glaube, ich glaube nicht. Wer hat diesen Ort gewonnen, hat sie alle festgelegt. Ja, sieht ziemlich solid. Aber was passiert da hinten auf der Straße? Ich weiß, ich weiß nicht, was passiert. Ich habe einfach... Ich habe mich gebrochen. Hat das überhaupt nicht mit dir passiert? Ich höre, was ich zu dir sagen. Du legst die Frau in Gefahr wieder. Es werden keine Gehörer, die du übernommen musst. Ich höre. Wie denkst du, dass er es aufhört hat? Ich weiß nicht. Es ist... Es ist, wie alles, was man überdenkt, ist, ein Boot zu finden. Er will definitiv nicht über Katja und Duck sprechen. Zumindest nicht mit mir. Maybe we should just let him deal with it in his own way. I'm gonna go check things out. Alright. Hmm. Okay. Gucken wir uns mal weiter um. Vielleicht finden wir ja was. Eine Hundeklappe, eigentlich. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighborhood wouldn't just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Bullshit. Every day is a school day. Alright. So... Where is the dog? Naja, raus können konnte er eigentlich, wirklich. Dude, I'm not gonna break that thing open. All you're gonna do is make a lot of noise we don't need. Okay. Dann versuchen wir mit der Schaufel. Liam will be able to bust through that. Okay. Dann mag ich dem gar nicht. I'm not thirsty enough to drink that yet. Empty. Oh man, ich will gar nicht essen. Hey. Be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah. I hear you. What's buried down there? Whatever it is, it's been here a while. Ew. I can smell it from here. Gross. Clementine, honey. Come sit with me and no need. Let Lee work. Oh man. Why do we just have to bury the poor dog out of here? Oh god, the smell. The poor dog. I can't get it off. Okay, that is not cool. Are you okay? I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Oh. That was the ammo hunt. Oh. That stinks like hell. Bullens wieder zu. Bullens wieder zu. Oh man. Oh man. Das ist doch traurig. Okay, komm. There goes nothing. Ja! Gott, verdammt! Siehst du irgendwas in da? Nein. Sieht es, dass es ein paar Zeit ist. Alles, was du machst, mach es schnell. Okay, lass mich sehen, ob ich da kann. Sei vorsichtig, Mann. Das ist nicht gut, ich kann es nicht verstehen. Hier, lass mich probieren. Ich glaube, ich kann... Klim, was du da gesehen hast? Ja. Ta-da! Good job, Klim. Ja, way to go. Ich habe gut gemacht, richtig? Ja, du hast. Du hast gut gemacht. Kannst du vielleicht ein paar Gespräche im Inneren? Ich habe mich überrascht. Es sieht gut aus hier. Alle in. Ja okay Auf jeden Fall ein ziemlich großes Anwesen Ich bin gut, ich fühle mich besser, wenn ich nur auf meine Fähne bin. Danke, Baby. Also, wann warst du uns über die Radio? Was? Dass es funktioniert! Dass es jemand anderes auf der anderen Seite ist! Du denkst nicht, dass es uns mit den Resten war? Also... Ich wollte dir sagen, Kenny und ich nur herausfinden, gestern. Also, dass ihr beide es von den Resten haben? Great. Wer schwebt das ganze Radio? Ich bin mehr Angst, dass jemand da draußen dringend die Bellen, und der den Tod auf uns. Es ist so, dass sie uns nicht wollen, dass es nach der Rive geht. Was macht dich denken, dass es nicht die gleiche Person ist? Wer war auf der Radio, war sehr nahe, um uns in der Straße zu sehen, und wir haben keinen anderen, außer dem Mann in der Belltapie. Denn das macht nicht richtig Sinn! Warum würden sie die Möge aus dem Tod so aus und versuchen uns zu warnen? Wie viel Sinn macht nichts mehr? In Fall, dass du nicht merkst, es gibt viele Leute da draußen in der Zeit. Zumindest die Möge nicht mit dir spielen. Wer es war, scheint, dass sie uns folgen. Und ich liebe mich nicht folgen. All die mehr Zeit, um auf einen Scheiß-Bögen, wo wir nicht folgen sind. Ich bin nicht zurückgekommen. Omeed muss sich um dich zu resten. Ich glaube, wir können alle ein wenig Zeit um uns zu resten und unsere Gedanken machen, Kinne. Zumindest bis die Walken draußen wandern, und Omeed fühlt sich besser. Er best fühlt sich besser, schnell. Ich werde nicht warten hier zu lange. Oh Mann, was... Van Osh. Okay, dann machen wir das mal. Okay, dann machen wir das mal. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Ohhhh... Lass Clementine auch helfen. Oh Mann, die... Nichts. Wasser ist weg. Hm... Was für ein Wunder. Kein Strom. Kein Strom. Aber die Typen... Die Hundeklappe gehen trotzdem auf. Komisch. Alles verpasst. Hm, Mann. Hundefutter? Worte. Ich glaube, da ist nicht das wunderschön. Ich habe den Wunderfurt. Ich bin nicht schon so wunderschön. Zumindest, dass ich einen�sten. Zogen, in Ordnung tatsächlich noch vorbeigehen die stairs. Der Wunderfurt ist alle. Der Wunderfurt ist ein panisch. Er hat sich in die Hände zu arbeiten. Der Alkohol ist für Omid. Vielleicht? Ich bin gut. Ich hoffe, diese Haus ist sicher. Hast du alle die Räume, um sicherzustellen? Nein, aber ich werde es sichern. Hey, Leute. Wie sieht die Haus aus? Noch nicht zu suchen den ersten Boden. Aber so weit, so gut. Wie ist die Kälte, Omid? Wie fühlt sich die Kälte besser? Ich bin gut. Ich fühle dich. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich mag es viel besser, wenn wir sicher wissen, dass es sicher ist. Ich werde sicher sein. Aber jetzt fühlt es sich wie nur die Räume, die wir brauchen. Vielleicht wird mein Glück starten, um sich zu drehen. Ich würde das glauben. Wirklich, ich würde. Wirklich. 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 Das ist nicht so, was ich hier verletzt. Alles klar in hier. Nur noch eine einzige Tür. Okay. Aber man war nicht hier hinten noch eine Tür irgendwo? Da, eine Tür oder eine Schlange. Okay. Jetzt sind hier die Treppen. Ich kann jetzt noch nach oben gehen. Okay. Und jetzt die Tür an. What? What? What happened? It's nothing. Just, uh, nothing. Haha. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Go ahead, Clem. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Okay. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Hmm. Kenny? Kenny? You okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. He kind of looks like duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. I guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. I can't ask you to do this, man. I'll take care of it. Like I did before. Are you sure? I guess we'll find out. We get just two of those. Well, call me, boy. Oh, fuck you. .